Norddeutscher Rundfunk 2021 Und mehr zum Thema KiwiKon gibt es dort drüben am Stand, da warten sehr nette Mädels und Jungs, die alle eure Fragen beantworten. Und vom Vernetzten zu Hause geht es auch gleich ein. Ja, willkommen hier auch bei der Deutschen Telekom, hier im Bereich Vernetzten zu Hause, bei der KiwiKon. KiwiKon, stellen sich viele der Leute die Frage, was ist es? KiwiKon ist eine Allianz, ist eine Plattform, die wir initiiert von der Deutschen Telekom zusammen mit Partnern anbieten. Wir sehen hier auch im Hintergrund ein paar Geräte von der Samsung, von der Miele, E.ON, E.N.B.W. Es gibt viele Partner, die zur Zeit schon auf der Plattform sind und die Familie wächst von Monat zu Monat. Was wir versuchen zu machen, ist eine Art Heimvernetzung. Was machen wir neu? Es gibt schon viele Lösungen auf dem Markt, doch hier versuchen wir eine offene Plattform zu schaffen. Das heißt, im Moment, Sie haben die Box gerade eben schon gesehen, gibt es zwei Funkstandarde, die wir auf der Box haben. Und es werden auch in Zukunft noch mehr werden. Das heißt, wir igeln uns nicht ein, wir haben nicht eine proprietäre Lösung, sondern wir versuchen dem Kunden wirklich das zu ermöglichen, dass er jedes Gerät, was er zu Hause hat oder in jedem Szenario, was er denkt, dass er das bei uns einbinden kann. Die ersten Produkte werden im Quartal 2 2013 voraussichtlich an den Markt gehen und werden über unsere Partner vertrieben. Ja, das ist mal so ein kleiner Abriss, was KiwiCon ist. Wir haben viele Felder wie Komfort, Energie, Energieeinsparung und Sicherheit, worauf wir uns zur Zeit fokussieren. Aber auch in Zukunft werden sicher andere Themen, die zu Hause und die Heimvernetzung betreffen, noch mit dazu kommen. Dankeschön. 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 Dankeschön.